Und es ist viel zu einfach so. Jetzt wäre es mal eine gute Möglichkeit. Alan versucht es. Oh, Tor! Was für ein Tor, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Weiß ich, ob er es gesehen hat, aber der Leon war wirklich viel zu weit weg vom Tor. Aber warum steht denn der Leon da? Also das ist ja der Wahnsinn. Sensationell, das waren ja 30 Meter, oder? Also tolles Tor. So, da hat er das gesehen. Und wir sagen die ganze Zeit, der hat keinen linken Fuß. Ja, ja. Das Ding mit dem linken Fuß. Ja, klasse. Schöner Heber. Heber Schuss. Warte kommt ja aus Beidem, glaube ich, ne? Also keine Ahnung. Ich muss noch mal die Zeit, die wir sehen, das war jetzt selbst so überraschend für mich. Natürlich die Engelsdorfer am Boden. Aber ihr habt noch Zeit. Es sind noch 5,5 Minuten. Jetzt gucken wir noch mal. Alan, schön noch mal den Rami ausspielt. Und dann schießt er einfach. Ja, na klar. Aber da kann es so nichts machen. Der Lino steht da halt da drin. Der Leon steht halt drin. Und wenn da keiner den Alan halt stoppt. Ja, hier die 18 kann man sagen. Der Leon hätte da ein bisschen näher am Mann sein müssen. Richtig, ganz genau. Auch der Rami verpasst ihn. Und er hat es einfach versucht. Der Mann, der hat schon Thorsten gehabt den ganzen Tag über. Und dazu trotzdem keiner eingedrängt. Die 100%igen hat er nicht gemacht, ja. Und so einer macht er. Sensationell. Also 2 zu 1. Trotzdem Engelsdorf jetzt im Gegenangriff mit dem Versuch. Mein Mann, der das ist zweif ist ein grosses Sekunden. Und dann ist dieser Frau.